Wir sind in der Liederlande und die Stolzweifel, wenn wir die Fahrt aufpassen, dass es bei der Durchfahrt der Brücke geht aus, die Außenbahn natürlich eine längere Fahrt. Amt macht's möglich. Gerade rein unter die Brücke und muss dann sofort wechseln links und die Außenbahn muss erstmal nach links und dann wieder nach rechts einschränken. Dass man da drei Sekunden gut macht, ist schon sehr beachtlich. Und wir gucken nachher mal, wie die Zeiten allgemein sind. Wie schnell ist man hier wirklich unterwegs. Als nächstes sollte aus der Platte, da hoffen wir natürlich, dass das Lenken wieder funktioniert, das Lenkspul da funktioniert. Gegen links reichen ist der Hot Rods. Da noch mal Dankeschön, denn die Jungs haben uns vorhin, dass wir ein anderes Team noch ganz schnell keinen Helfer organisieren. Und uns hätte da nicht fahren dürfen. Und wir kommen jetzt hierher und machen sich gleich bereit. Also Hot Rod ist schon auf dem Weg hierher und stehen dann nur noch aus der Party, wo wir bisher nicht wissen konnten. Man sieht hier ja klar so, dass wir bei der Herbkirche bleiben. Jetzt hat das wieder Lenkung noch funktioniert. Das werden wir gleich sehen.